Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Tag für Tag unternimmt das Verkaufsteam in Ihrem Coop-Laden alle Anstrengungen, um Sie als Kunden zufriedenzustellen. Und die Anstrengungen von den Verkäuferinnen und Verkäufern bei Coop sind genauso vielseitig wie auch das grosse Coop-Angebot. Im Coop-Laden wird die Frische und die Qualität der Produkte ständig kontrolliert. Dank dem Coop-Verkaufsdatum ist frische Kontrolle bei über 1500 Produkten möglich. Rechtzeitig und richtig die Ware nachzustellen, das braucht grosse Sicherheit. Und die Ware dem Kunden übersichtlich zu präsentieren, da ist Erfahrung nötig. Und persönliche Bedienung und Beratung bedingen ein solides Fachfüssen. Und auch da zeigt sich das Geschick, den Kunden zu bedienen. Schnell, sicher und zuverlässig. Eine vielseitige und anspruchsvolle Verkaufstätigkeit braucht natürlich auch eine gründliche Schulung. Zu diesem Thema haben wir einen kompetenten Mann zu uns ins Studio eingeladen. Herr Dr. Kellerhals, was wird bei Coop für die Ausbildung im Verkauf da? Schon für die Lehrlinge gibt es in unseren regionalen Coop-Genossenschaften eine regelmässige und zusätzliche Schulung, die weit über den Rahmen der obligatorischen Berufsschule hinausgeht. Dort wird auf der Basis von Erfahrung und Praxis dafür gesorgt, dass unsere Lehrlinge auch wirklich etwas lernen. Und für die Weiterbildung, wie sind da die Möglichkeiten bei Coop? Dort haben wir unsere beiden Coop-Bildungszentren in Moutens bei Basel und in Jogni oberhalb Wöwe. Dort gibt es ein regelmässiges, ausgebautes Schulungsprogramm, vor allem im Bereich Schulung, für Ladeführung und Verkauf. Das geht sogar so weit, dass er dort einen Verkäufer oder einen Verkäufer weiterbilden lassen kann, bis zum Ladeleiter, sogar von grossen Läden. Dankeschön, Herr Dr. Kellerhals. Sie sehen also, Coop bietet Ihnen mit den 1400 Läden nicht nur sympathische Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, sondern unternimmt auch grosse Anstrengungen, damit Sie als Coop-Kunde immer gut bedient sind. So, das wäre es gewesen für heute. Wir vom Studio danken Ihnen fürs Zuschauen und geben das Wort im nächsten Coop-Platten für die neuesten Nachrichten. Guten Abend miteinander. Bis zum nächsten Zichtstück gibt es beim Coop folgende Hit-Angebot. Zwei Dosen an 880 Gramm Midi-Ravioli statt 4,80 nur 3,90. 550 Gramm Inkarom im Nachfüllbeutel statt 8,90 nur 7,80. 400 Gramm Pommes frites Goldstarr, tiefgekühlt statt 2,25 nur 1,75. Und alle 180 Gramm Becher Coop-Joghurt sind jetzt sehr ab begünstiger. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag gibt es beim Coop 300 Gramm Schwarzwälder-Roulade statt 3,30 nur 2,90. Und 1 Kilo Jaffa-Gräbfrei voll Sonnen- und Vitaminen für nur 1,10 Fr. Alle diese Angebote gibt es ab morgen in allen 1'400 Coop-Läden. Können Sie schauen, wir würden uns freuen.